Die Götzler Was haben wir denn mittlerweile? Rang Nummer 7. Nummer 7? Diese Herausforderungen, werden die immer zufällig zugesteuert oder wie ist das? Zufällig und du kannst für 500 Credits eine neue kaufen. Ah, ok. Und was kann man dann mit diesen Herausforderungen, was kriegt man an Credits wahrscheinlich, ne? Ja, und Erfahrung halt. Okay, mhm. So, dann gehen wir in diesem Match mal auf den A-Wing. Den guten alten. Das ist ein sehr kleines Map, ne? Gleich am Anfang das Schild aktivieren. Gut. Bin hinter dir. Ich hab hier ein Problem! Gute Arbeit! Ich muss mich echt angewöhnen, nicht so sehr auf die KI-Gegner zu schießen, sondern mehr auf die menschlichen Spieler, ne? Aber wenn sie gerade so vor der Nase fliegen... Hm. Oh, das war gleich. Ich probiere ich genauso. Imperialer Jäger! Hinter dir! Also die Innenperspektive ist natürlich schon geiles Feeling, ne? Jetzt noch eine 3D-Brille auf der Nase. Man sieht bloß so wenig. Das stimmt. Ich hab eine Rakete im Nacken! Und ich komm als Millennium-Feige. Nicht schlecht. Ich hab ein bisschen drauf achten, wenn mich jemand mit seiner Rakete anvisiert. Ich geh doch mal erstmal wieder auf den X-Wing. Sag mal, wieso hast du eigentlich ständig diese geilen Heldenflugzeuge? Weil du weißt, wo die Dinger sind, oder? Jaja, ich flieg halt immer am Boden rum und schau bis es da ist und dann flieg ich durch. Du bist ein Fuchs. Oh, und ich flieg einfach mal so in den Felsen rein, ja? So kann man sich auch töten. Hinter mir sind schon wieder welche. Ja, ich bin noch außerhalb des Spiels. Hm. Okay, ich komme. Han Solo und Chewbacca. Ich rette euch den Hintern. Das wär mal nett, ja. Da ist ein Transporter. Wo? Hier. Äh, ja, ja. Dutz 93. Na super. Hilfe. I'm on my way. Transporter is down. Good. Ein Gegner weniger. Ja. Aber hinter mir sind welche. Jo. Ich bin dabei. Ich komme gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dann werde ich auch versuchen, Hilfe zu sein. Und zwar. Ich hab ihn sicher nicht Alienen. Aber ich kann ihn nicht. Ich will mich auch versuchen, Hilfe zu sein. Nicht mit mir. Gut. So. Ich will mich wieder ein bisschen um den Götzler kümmern. Wo ist der gute Mann? Wo ist der gute Mann? Oh, da ist er. Yeah. Und? Was sind denn die schon wieder? Hinter dir ist einer. Warte, den cache ich, den cache ich, den cache ich. Yeah, Rock'n'Roll! Mist! Wo kam der denn her? Wenn ich schon immer die 93 lese, von so jungen Burschen wird man da erschossen, ne? Hilfe! Jo, bin unterwegs. Und wir müssen unseren Transporter verteidigen. Wo ist der? Da hinten. Verdammt! Unser Transporter wurde zerstört! Nein, der wurde zerstört! Wie haben die das so schnell geschafft? Ich weiß es auch nicht. Ich bin nur am Slave. Ich habe hier gerade eine, die ich jetzt schon ewig verfolge. Verdammt, jetzt nimmt mir auch einer den... Ja, ich habe aber hier so lange gebraucht, habe ich den Killer nicht verdient, zugegebenermaßen. Ja, ja, das mit dem Ausweichmanöver, das klappt auch noch nicht so richtig. Ich finde irgendwie nur KI-Gegner. So, ich versuche den Hintern zu retten. Einer ist weg. Wow. Beinahe Kollision. Wo ist er denn? Oh, da ist der Slave-1 auf jeden Fall. Hilfe! Der Slave-1 ist hinter dir. Ja. Deswegen kriege ich ja auch nichts gebacken. Oh, trotzdem gewonnen, komm. Und wieder auf Platz 1. Also ja gut, weil er natürlich auch ständig dieses geile Weg-Hiegel hast, ne? Ja. Guck ihn dir an. Gut, wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank. Ja, ebenso. Und das eine oder andere Match wird sicherlich noch kommen. Dankeschön fürs Zugucken. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns immer über ein Däumchen nach oben. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf ein Däumchen nach oben. Tschüss.